recht herzlich willkommen zu einer neuen folge planet nomads und zwar eine neue version 0.6.1 ja ja das save game ist natürlich wieder mal weg und ja ich habe schon ein bisschen voraus gebaut wie ihr jetzt gleich sehen werdet und ja da ist es hier das haben wir alles hier schön stehen der 3d printer da ist die fettmaschinen und das greenhouse und ja letztes mal ein crash noch gab genauso war das und naja neue version da ist das erledigt dahin ist noch der bio generator ja und das ist der kleine trende und hier haben wir auch einen mittleren schon da kann man ein paar sachen mehr machen schon und hinten ist noch ein container genau da ist er und ja da können wir dann sachen rein da haben auch sachen drinnen glaube man hat er macht so wir müssen ja eine andere taste drücken gut und dann muss man die mal rüber machen die ressourcen sind da drin das mal rüber machen damit wir noch was bauen können wo ist das da und er kommt dahin das passt nicht sondern dahin okay das ist beides carbon okay okay da haben wir keinen platz mehr für lassen mal drinnen das ist nutrition capsules keine ahnung was das finde kapseln sind power mäßig die last da drin dann gut dann gehen wir mal hier aus aber guck mal gerade noch was können auch bauen und das ist das zeiling also ein dach ist das das ist ein achter sind hauserteile sind das hier okay das ist der medium drei drehprinter den hammer eigentlich gucken wir müssen was brauchen über neues kriegen nehmen wir den mal mit und dass die foundation genau und das ist das dach genau sieht ähnlich aus ist es aber nicht gut so ich glaube wir müssen dann erst mal hier was rausbauen damit wir mehr freigeschaltet kriegen die müssen wir irgendwie mitnehmen dann können wir mal gucken den können wir rausnehmen und das geht so nicht ich tue mir die tür da drauf legen dann geht es okay das brauchen wir noch dass die fettmaschine brauchen wir nicht da können wir das fenster rein tun das ist eine wand und den braun wohl noch bio generator den braun wahrscheinlich auch nicht dann können wir austauschen das ist noch die ecke vom zimmer das können wir vielleicht noch gebrauchen das licht auch aber lasst uns erst mal ja das können wir notfalls nachher nochmal wechseln gut ja gehen wir raus dann müssen wir mehr böden bauen sozusagen kriegen wir das hier hin bauen wir die hier dran oder wie machen wir das da ist der boden aber den kriegen wir da glaube nicht so dran oder das connecten das 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 wie soll man es nennen das anpacken das ist schlecht wo das geht schon mal runter gefallen aber ich glaube das war nur ein kleines loch und und im dunkeln ist natürlich schlecht zu bauen müssen wir das noch irgendwie da dran erkriegen da packt es wieder so ineinander und ist der drucker im weg ne eigentlich nicht so sollte es eigentlich passend sein aber irgendwie packt es nicht an nichts dran dass wir keine rahmen haben lass uns mal ein paar sachen erst bauen tt drücken dann geht das weg und lass mal ein paar platten machen damit wir den einen fertig kriegen ja davon brauchen welche da müssen wir klicken und machen ein paar mehr da haben wir drei dann eine dazu dann geht es glaube schon ne oder raus da und dann bauen wir das fertig dauert moment saft alle normal und fertig so da sieht man noch mal da sind bessere teile schon drinnen nicht mehr die einzelnen sondern schon die zwei und drei was mir hier in dem griechen haus ist also in dem wegshaus ist das problem ich weiß nicht wo wir die samen herkriegen sieht man hier ich habe noch keine gefunden also gestaltet sich schwierig da was anzupflanzen ja früchte habe ich auch noch nicht gesehen also kann man mal gucken müssen gut da geht es ganz schön runter jetzt gucken wir mal dass wir dann noch mal am boden bauen das geht wohl jetzt klackert er da wieder so komisch dran eben war doch gelb oder jetzt jetzt sind wir runtergefallen irgendwo gestaltet sich schwierig da haben wir gelb aber nicht richtig da jetzt da jetzt wieder nicht wieder nicht jetzt passt und kriegen wir den da jetzt auch noch dran sehen wir nix das gestaltet sich unwahrscheinlich schwierig das ist nicht so der bringer so weit nach hier jetzt 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 aber jetzt passt ok jetzt geht's jetzt schwebt ein bisschen durch die gegend aber egal dann machen wir hier die platten eins zwei drei drei vier läuft und haben wir im kleinen noch was drin das muss jetzt weg t da ist der kleine ist da noch was drinnen müssen wir näher ran ja da sind noch zwei drinnen nehmen wir mit hier haben wir noch ein bisschen was mit essen und so dann war noch im auge behalten das ist da ja und da haben wir genug drin also kein ding zu trinken brauchen wir auch drehen wir und hier haben wir auch noch ein bisschen trockenes fleisch dann nehmen wir auch noch mal also da haben wir genug 15 stück 15 mal 5 das ist schon 75 das ist schon was nehmen wir ein paar mehr dann nehmen wir die mit das ist vielleicht lassen wir mal da drin und jetzt hier aus dem menü raus ja und dann können wir hier was bauen oder da fehlen uns die ressourcen die müssen wir nehmen aber das waren noch zwei eben naja egal da sind sie drinnen die anderen nehmen wir da raus und weiter produzieren fertig nicht ganz jetzt erst und den auch noch nicht ganz fertig aber jetzt die betriebe wieder leer gut da drüben da hat man übrigens das fleisch her da ist irgendwie so kleine böse viecher gewesen war das da doch das muss da gewesen sein aber ist jetzt schwer zu sehen da geht es ganz schön runter laufen so langsam irgendwas passt nicht aber wir haben keine keine energie mehr gute müssen wir erstmal wieder was essen und wir müssen auch schlafen aber dafür brauchen wir ein bisschen mehr essen schlafen schlafen gibt es auch so ein bisschen was mehr jetzt mal 11 was anderes nehmen kein frisches wasser mehr wir brauchen jetzt energie das ist ja da müssen wir noch was tun aber erstmal was zu essen wenn wir 30 ungefähr brauchen um eine nacht zu schaffen ja jetzt komme ich gerade nicht aus dem menü raus also noch ein 23 irgendwie komme ich jetzt nicht raus aus dem menü oder so das können wir hier nehmen da gibt es eine energie 5 stamina dann geht es vor irgendwie komme ich jetzt nicht raus weiß nicht warum irgendwas irgendwas haben wir falsch gemacht gerade aber das lag nicht im spiel gut dann gehen wir mal zu unserem rettungskapsel schlafkabine wo ist die denn jetzt hat er links war einmal rüber und rein zwölf stunden schlaf mal dann jetzt einmal die leertaste das hat geklappt jetzt werden wir wieder fit draußen jetzt hell jetzt geht es aber nichts zu essen haben geht die dinge ins gesundheit wieder runter da essen wir einen geht aber immer noch runter keine ahnung warum noch einen mehr nehmen 72,4 jetzt steht es ne ich komme jetzt auch wieder nicht raus das ist aber ein rechter falsch und aber hängen tut spiel nicht hm ja wie komme ich gerade aus dem menü nehmen wir noch einen und noch einen müssen wir herausgefunden haben wie wir aus dem menü kommen ach ich muss das i nochmal für inventar drücken dann komme ich raus alles klar ist also kein spielprogramm fehler sondern mein fehler gewesen ok hier haben wir schon mal abgebaut um die sachen da oben zu bauen nein da hatte ich auch was weg geholt nein da haben wir das hier oben alles raus gebaut jetzt haben wir wenigstens tageslicht und hier drüben sind diese komischen viecher hier zu hause gewesen da gehen wir mal grad hin da seht ihr dieses ding da das ist deren keine ahnung nest oder was das kleine fiese aus wie ein vogel oder sowas kommt aber keiner also ich hab schon mal einen kaputt gemacht ne und so wenn wir das hier jetzt so machen kommt irgendwo einer ich sehe keinen zwei sogar kaputt gemacht kann sein dass das ein nest von einem ist und das da drüben das andere ich weiß es aber nicht so irgendwie da kommt da oh oh siehst du das irgendwie so weiß nicht ob das ein vogel sein soll oder was gucken wir zu dass wir den kaputt machen weil wir kriegen ja was zu essen von dem aber dieses gespringen das ist ja voll doof jetzt müssen wir ihn aber kaputt machen ne aber irgendwie kriege ich ihn nicht der macht mich jetzt gleich kaputt oh oh komm los abhauen tue ich jetzt nicht jetzt haben wir ihn aber jetzt roll nicht weg dann können wir jetzt looten ok jetzt haben wir ein loch rein jetzt geht es aber irgendwo ist noch einer wenn da noch einer ist dann ist es aber schlecht wir müssen weg hier und jetzt hat es uns erwischt das war es ok dann sind wir kaputt wir haben sie gestorben nächste runde probieren was dann aussieht ich denke wir werden respawn machen wenn wir das nicht wieder alles bauen müssen ok für die folge soll es dann reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss schön und